Da bin ich wieder. Wir haben in den letzten paar Tagen einige hundert Informationen darüber bekommen, dass die OBS nun tatsächlich langsam beginnt, ernst zu machen und offensichtlich dabei ist, Bescheide auszustellen. Vorläufig werden die Menschen nur darüber informiert, dass ein Ermittlungsverfahren anberaumt oder begonnen worden ist mit dem Ergebnis, dass man der angeschriebene Beitragsschuldner ist und man sollte doch jetzt Stellungnahme beziehen binnen 14 Tagen. Was das Ganze ist und wie man sich wehren kann und wir haben auch ein Musterschreiben vorbereitet, das dann alle Leute, die solche Schreiben bekommen, verwenden können. Dazu wollen wir morgen Nachmittag bzw. Abend in einem weiteren Vlog berichten. Bis dahin noch ein klein wenig Geduld, aber es bewegt sich offensichtlich alles in die richtige Richtung. In diesem Sinne, morgen dieser Schauplatz hier am Abend ein Vlog zum Thema das Ermittlungsverfahren der OBS und was man dagegen tun kann. Nebenbei wird es noch eine kleine Nebenaktion geben, die wir auch schon gestartet haben. Ich schätze mal 19 Uhr, morgen der 21. März. Viel Spaß, bis dahin. Hier gibt es noch Rad mindfulness, damit ein paar Journalisten besichern, wenn mit einem Restaurant auf Ermittlungsverfahren dieser Schadenfreude Da gibt es noch bei der Sch- gl hoop, bis dahin ist eine langeiçãoια Pizz 39.